zack gucken wir mal lieber gleich noch mal hier habe ich noch mal eisen und auch noch mal kohle zack so gib mal hinein so jetzt gehe ich einfach pennen und morgen kann ich dann auch gleich rausfinden ob die sprinkler geschichte am katzenapf funktioniert willkommen bei leben vom land hier sind wir wieder mit einem weiteren tipp für euch spitzt die ohren der herbst ist fast da er ist wohl die ertragreichste zeit für bauern also achtet darauf etwas geld für neue saal zurückzulegen wenn du bis jetzt noch keine bessere gießkanne hast wäre das vermutlich auch keine dumme idee ich brauche gar keine gießkanne mehr also jedenfalls nicht so also jetzt haben wir hier erstmal ein paar batteries bei den bäumen gibt es nichts okay dann haben wir hier noch mal öl und das bedeutet ich mache gleich das nächste mal gut das ernte ich gleich was ist mit dem wassernapf anscheinend hat es nicht geklappt warum habe ich noch nicht ganz mitbekommen es ist aber genau ein feld dazwischen das ist komisch ja gut aber das bedeutet im endeffekt dass ich den sprinkler da wieder wegnehmen kann ich lasse ihn aber noch einen tag stehen weil ich bin mir ich bin mir noch nicht sicher so wasser brauche ich ja hier nicht das schwert will ich jetzt gerade auch nicht haben ich werde einfach mal hier reinschauen hier gibt es jetzt nämlich jeden tag ach guck mal ein blaues ei na endlich warte mal ich hab noch ich hab noch schleim aus der mine dabei jetzt habe ich natürlich auch da von einem so ein schleimei aufgehoben ist klar aber ich werde mal schnell was ich in der tasche habe wegbringen und verkaufen zwar keine ahnung steht da bob ach nee blob ähm ja denn ich hätte ich hätte wirklich ganz gerne des öfteren mal ein paar blaue eier ich denke mal ähm dass das dann so ein zufallding ist dass ob blaue oder grüne rauskommen nein nein ach Junge alles klar bis denn dann ne bis denn dann tschüss ne tschüss so na ich kann schon wieder hopfen ernten also ich meine es ja super ne weil nein eigentlich ist das ja alles super ja pilzhöhle war ich schon oder das ist von gestern hallo katze ne da war ich schon okay jetzt fehlen also nur noch die tiere mal gucken ob ich die hier alle drin finde im hohen gras das dürften jetzt aber alle gewesen sein da gib mir mal milch gibt mir mal milch du hast vermutlich weder keine wa Chucky produziert keine Mensch. Ich wollte ja auch... Genau, Gilbert. Geh da rein. Dumme Sau. Okay. Jetzt gucken wir hier rein. Look at this. Sehr ah, Duck Axe. Sehr ah. Okay, komm. Dann nehme ich lieber... das Goldene. Zack. Gut. Tiere auch erledigt. Jetzt muss ich halt aber erst mal Zeug wegräumen. Damit ich überhaupt die Ernte einholen kann. Ich mache den Wasser. Und dann gehe ich Okay... Und dann gehe das. Ich glaube die, die da vom Blitz getroffen wurde, die war schon. Das ist glaube ich jetzt nicht beim letzten Gewitter passiert. Gut. Also, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hier sind ein paar Sachen, von denen habe ich echt viel. Also hier so Marmeladen, Honig, aber hauptsächlich Honig und natürlich Bayonaise. Okay. Okay. Also Steine raus. Und jetzt die Explosive Munition rein. Ähm. Warte mal, falsche Kiste. Da. So, wir haben Bomben. Noch Qualitätssprinkler. Ja. Okay. Okay. Okay.